Unser Projekt heißt Let's Play German. Hast du das? Viel Spaß! Die Idee, die hinter Let's Play Germany steht, ist mit jungen Menschen etwas zu tun, was ihnen Freude bereitet, wo sie sind, was sie können, aber Games auch dafür einzusetzen, neben dem Spielen auch noch politische Bildung zu erlangen. Das Angebot richtet sich an Jugendzentren, Jugendvereine, Kulturvereine, Bildungsträger in Niedersachsen. Das ist ein kostenloses Projekt und wir bieten verschiedene Workshop-Angebote an, zum einen für Jugendliche ab 14 Jahren. Meine Aufgabe ist es gerade, mit Schweinen ein eigenes Spiel zu erstellen. Also wir machen gerade eine Geschichte bei Minecraft, also einen Film. Da sind zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die haben sich verloren. Die spawnen in zwei verschiedenen Häusern und treffen sich bei so einem großen Turm am Osnabrücker Markt. Auf der anderen Seite für Pädagoginnen, Pädagogen und Multiplikatoren. Es geht immer darum, in die Einrichtung zu kommen, dort medienpraktisch zu arbeiten. Also ich fand den Input heute Morgen super. Dieses, ich spiele nicht, ich kenne diese Live-Spiele nicht, von daher war das total spannend. Und unseren Film gerade, das war schon, also sich da reinzufuchsen und sich was auszudenken. Das Ganze spielen irgendwie mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten beziehungsweise zu sehen, dass man da viel mehr mitmachen kann, als nur alleine vorm Computer sitzen und Spiele spielen, sondern viel mehr miteinander interagieren kann und da viel mehr draus machen kann, wie Filmchen drehen und so die üblichen Standards, die man kennt, zu nutzen. Es bietet dir eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten in einem doch sehr begrenzten Rahmen. Das finde ich gerade sehr faszinierend. Die größte Herausforderung war zum einen, ich finde, was dazu gehört, Hemmungen fallen zu lassen. Einmal so aus sich rauskommen und einfach mal über sich auch lachen. Ich glaube, das gehört zu diesem Medium einfach dazu. Ich werde mal mit den Jugendlichen ein Spiel ausdenken und mal gucken, ob man nicht so ein Spiel dann auch filmen kann oder vielleicht malen oder wie auch immer animieren. Keine Ahnung. Es hat Spaß gemacht. Weil Games grundsätzlich so angelegt sind, dass es etwas Interaktives ist, dass es etwas Partizipatives ist. Das heißt, hier kann Demokratie nicht einfach nur als vorgesetztes Lernziel vorgegeben und angenommen werden, sondern hier geht es darum, tatsächlich durch eigenes Gestalten, durch eigenes Durchspielen von Rollen, von Szenen tatsächlich zu lernen. Was heißt eigentlich Demokratie? Welche Vorteile hat sie? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt sie mir? Das, glaube ich, macht den Reiz aus. Boah, mein Haus ist so geil. Ich habe so viel Geld. Oh, scheiße, da kommt ein Flüchtling. Schnell Mauer bauen. Mauer bauen, los, 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 los. Hey, was soll das denn hier? Wer baut denn hier eine Mauer? Lass den doch mal rein hier in unser Dorf. Oh, danke, danke, dass Sie es aufmachen. Dank. Musik Und was wäre, wenn wir uns Deutschland als Spiel vorstellen? Was funktioniert an dem Spiel? Und was nicht? Was macht Spaß und wo hakt es noch? Ja, guten Tag. Straßenbaudezernat 15.3. Ich habe hier gerade die Kabelverbindung gelegt. Ja, Storzlowski, 15.4. Ich habe das andere Kabel gelegt. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Kollegen, der die Zusammenführung macht. Der kommt von 16.3, glaube ich. Ja, aber der ist, glaube ich, im Urlaub. Oh, das ist ja schön hier. Oh, da kann ich mir ein wunderschönes Haus raufbauen. Nur ist das ein toller Bauplatz hier. Und diese wunderschönen Farben hier in meinem Garten. Ich bin so stolz auf meinen Garten und auf mein Häuschen. Sie? Was machen Sie da? Sie haben keine Baugenehmigung. Das ist Deutschland hier. Nein! Und was sind die besten Tricks, dass das Spiel am Ende auch allen Spaß macht? Hey, wird's denn aufs Maul? Na klar, kann ich gut tanzen. Das ist total sinnvoll, Games in der Bildungsarbeit zu nutzen, weil man eben ein Werkzeug hat, das die Jugendlichen total gut kennen. Also die wissen, was man mit Spielen alles machen kann. Die haben ein großes Know-how, wie Geschichten damit erzählt werden zum Beispiel und können die sowieso auch ganz gut bedienen. Und daran anknüpfen und dieses ganze Wissen kann man halt eben unterschiedliche Themen bearbeiten. Ich finde besonders gut, dass wir es schaffen können, die Kompetenz, die LRG im Bereich Film schon gibt. Ganz lange hat, zu verbinden mit einem neuen Medium und mit neuen Medienformaten im Bereich Games. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, politische Bildung heute in Formate zu packen, die tatsächlich auch junge Menschen erreichen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Kommunikationswege von jungen Menschen auch bewusst aufgreifen. Und genau das tut Let's Play Germany. 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 Vielen Dank.